Das Leben auf dem Bauernhof könnte so schön sein. Es gibt dort niedliche Tiere, die gestreichelt und große Trecker, die gefahren werden wollen. Wäre da nicht die Landarbeit an sich. Denn ausmisten, Kartoffeln ernten oder Rinder füttern ist vor allem eins. Anstrengend. Kurt Brandt aus Augsburg hat für sich einen Weg gefunden, wie er Bauer sein kann, ohne am Feierabend nach Kuhstall zu riechen. Er spielt das Computerspiel Landwirtschaftssimulator 2013. Versuchen Sie mal, das Geld aufzutreiben für einen eigenen Hof. Da spiele ich es doch lieber für 19 Euro im Monat. Oder einmalig 19 Euro oder 20 Euro, dann habe ich einen ganzen Hof mit Maschinen. Gut, es ist nicht realistisch zu 100 Prozent. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, selber, ich spiele das Spiel gerne, aber ich kann mir nicht vorstellen, tagtäglich jetzt auf dem Hof zu arbeiten. Mit seiner Leidenschaft ist Kurt nicht allein. Über zwei Millionen Mal wurde das Spiel bis heute verkauft. Und neben dem Bestseller Landwirtschaftssimulator gibt es noch weitere Highlights des Slow Gamings. Den Bussimulator etwa, den Kermaschinen-Simulator, den Wuppertaler Schwebebahn-Simulator oder den Eurotruck-Simulator. Die Spiele zelebrieren das alltägliche Berufsleben mit seiner ganzen Routine und Langeweile. Stundenlang und in Echtzeit ernten die Fans Mais, reinigen Gehwege oder transportieren Stückgut von Oehr-Erkenschwick nach Bernkastell-Kuhs. Für den Marktführer Astragon aus Mönchengladbach ist das ein gutes Geschäft. Und Wartezeiten innerhalb der Spiele sind nicht etwa Programmierfehler, sondern Absicht. Es ist in der Tat ein Teil des Konzeptes, wenn gewisse Dinge in einer Simulation gemacht werden sollen, die es in anderen Spielen so nicht gibt. Zum Beispiel halt eben, dass man wirklich in der Tat einen Knopf drücken muss, um eine Maschine zu starten und dann vielleicht sogar ein paar Sekunden warten muss, bis die Maschine warm gelaufen ist, bevor man mit der Maschine fahren kann. Und das ist halt eben das, was unsere Spieler dann auch von diesen Maschinen erwarten, dass diese Maschinen dann sich wie in der Realität verhalten. Ein paar Sekunden. Eine solche Zeitspanne kann bei GTA oder Call of Duty über Leben und Tod entscheiden. Und genau das stresst nicht wenige Gamer. Wer es etwas langsamer mag, der spielt Simulatoren. Wir haben einfach wirklich die Erfahrung gemacht, dass das viele Leute verblüffenderweise als Entspannung empfinden. Einfach wirklich zu sagen, ich möchte jetzt eine halbe Stunde lang nichts anderes machen, als einen Acker zum Beispiel zu pflügen oder etwas zu säen. In der Hackordnung der Games-Welt stehen Simulatoren-Spieler ziemlich weit unten. Alleine bei YouTube gibt es unzählige Videos, in denen sich über die virtuellen Bauern, Busfahrer und Bauarbeiter lustig gemacht wird. Ein zu leichtes Ziel, findet der Computerwissenschaftler Lasse Schärfig mit Blick auf die Computerspielhistorie. Da scheint so eine Auseinandersetzung mit Raum und Zeit auf, die eigentlich den Titel Echtzeit vielleicht verdient, der früher immer für möglichst schnell und möglichst actionreich in Echtzeitstrategiespielen zum Beispiel benutzt wurde. Und wobei immer vergessen wurde, dass es Echtzeit eben auch Langeweile bedeutet. Da sind so Alltagssimulatoren eigentlich in der Tradition von so künstlerischen Ansätzen, die schon sehr lange versucht haben, immer wieder Monotonie und Eintönigkeit und Warten als Spielhandlungen rauszuarbeiten. Es gibt tatsächlich Spiele wie Desert Bus oder Dinner Date, die dieses Spielprinzip ins Extrem führen. Die Aufgabe bei Desert Bus beispielsweise, fahre ein Bus von Tucson, Arizona durch die Wüste nach Las Vegas. Acht Stunden dauert die Fahrt und Pausen sind unmöglich. Wer die Strecke schafft, bekommt einen Punkt und darf wieder zurückfahren. Der Highscore liegt bei 90 Punkten. Das ist dann sogar den meisten Slowgamern zu langsam. Aber entscheidender als das Spieltempo ist für Kurt Brandt etwas anderes. Kooperation und Community. Es entwickeln sich Gruppen, es entwickeln sich Plattformen, wo Leute sich zur Verfügung stellen, auf deinen Surfer zu kommen und mit dir zusammen dein Feld abzuernten. Das kann ich nicht bei GTR. Da geht es nur um Waffe in Hand und jemanden zu töten. Ich habe mehr Spaß bei einem Spiel, wo ich mich mit Leuten auch normal unterhalten kann. Natürlich ist die Welt der Simulatoren-Spiele naiv. Milchquoten gibt es in der Idylle des eigenen Hofes genauso wenig wie BSE oder Vogelgrippe. Und vielleicht ist genau das der wahre Grund für den Erfolg dieses Genres. Die Spiele simulieren eine heile Welt, die es niemals gab und niemals geben wird. Aber das kann ich nicht bei PCR-Brett d Untertitelung des ZDF für funk, 2017